so willkommen in diesem tutorial heute zeige ich euch wie ihr einfach eine andere pc von einem freund oder freundin oder sonst hier runterfahren könnt und das ist auch nur zum spaß wenn ihr das bei großen servern wie zum beispiel youtube oder sonstiges macht dann kann es unangenehm für euch werden also macht es echt nur bei personen die er kennt und hier auch zum spaß abkönnen so dann müsst ihr erst mal cmd öffnen das habe ich schon gemacht für die die es ich wissen wenn wir sieben einfach cmd eingeben dann kommt sie gleich durch das öffnen und bei windows xp also bei visita ist genauso wie windows 7 nur bei windows xp müsst ihr auf zubehör und eingabeaufforderung so da müsst jetzt eingeben shut down und dann hinter minus so enter so und dann kommt da ein fenster da müsst ihr zufügen und ein computernamen eingeben mit computernamen ist jetzt gemeint die ip von dem computer so da gibt es irgendeine ip ein zum beispiel 19 und dann was welche aktion durchgeführt werden soll herunterfahren oder neu starten soll ich jetzt mal herunterfahren das andere ist anmerkung zum unerwarteten herunterfahren also das nutzen also benutzer waren mache ich weg denn warnt er und denn die warnung wird man gezeigt für 30 sekunden oder 60 sekunden und dann ein kommentar zum beispiel ha 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 das ha ha opfer liebe grüße ich okay dann müsst ihr eigentlich noch ok drücken die ip denke ich mal 0.0 gibt's nicht also wird wohl kaum bringen es kann sein dass es nicht geht da dürft ihr nicht in die kommentare posten von wegen das geht nicht und blablabla es kann daran liegen dass der andere pc das nicht unterstützt also dass es gesperrt hat so und ähm also dann müsst ihr es bei einem anderen ausprobieren ok dann einfach noch tschüss abonnieren nicht vergessen und guckt euch ja noch andere videos an let's play von uns und dann bis zum nächsten mal ok